katastrophe nach zehn jahren gartenbewässerung ist nun das erste problem aufgetreten wie ihr wisst benutze ich ja produkte von hunter für die redner und gardena für die pipeline was hier passiert ist und was ich daraus gelernt habe was man schlussfolgerungen sind möchte ich euch gerne in diesem video mitteilen alles weitere nach dem intro vor kurzem stand ich also am terrassenfenster und wollte mit dem smartphone meine gartenbewässerung aktivieren und ich drückte dort eben auf dem button rasenbewässerung aktivieren und da passiert ist da im augenwinkel als ich sah wie die regner anfing zu zu sprengen sah ich plötzlich einen schwarzen schatten der rechts irgendwo über die wiese ich hatte sofort die gartenbewässerung wieder ausgemacht weil die anderen regner plötzlich auch nicht mehr funktionierten und ja dann bin ich rausgegangen und habe mir das elend angesehen was ich auf dem rasen fand war mein getrieberegner von hunter ich sah ja im augenwinkel dass er ungefähr zwei meter weit geflogen war und so fand ich ihn auch in dem umkreis von der stelle wo er sich eigentlich hätte aufhalten sollen als ich näher betrachtete sah ich dann dass vielleicht könnt ihr das erkennen wir gucken uns das nachher noch mal kleiner an der anschluss an der gandena pipeline war gebrochen gewesen und wenn man sich das mal anguckt ich habe das hier ausgebaut zeige es euch gleich noch mal genau in diesem knick in diesem knick ist die ist der gardena verbinder gerissen an dem abend hatte ich dann den regner wieder das loch gesteckt und als ich jetzt am nächsten morgen mir das nochmal bei tageslicht angesehen haben so sieht man jetzt sehr deutlich die bruchkante an dem regner an dem gardena verbinder an diesem l stück ich habe ungefähr dreieinhalb bar druck auf der leitung das ist natürlich doch eine menge kraft wieder auf dieses l stück wirkt und naja nach zehn jahren ist das jetzt eben hier in dieser stelle gebrochen ich habe mal hier einen neuen gardena verbinder daneben gelegt wir sehen hier sehr deutlich dass gardena schon mit kräften rechnet und hat eben hier auch eine verstärkung in diesem l stück eingebaut gut bei mir hat es jetzt nach zehn jahren eben nicht mehr gehalten somit kam jetzt die fleißarbeit den regner auszugraben das l stück jetzt von der pipeline abzuziehen und anschließend ein neues l stück wieder aufzusetzen und den regner wieder aufzuschrauben nachdem ich die leitung gespült habe habe ich das l stück von gardena wieder aufgesetzt und eben auch den unter regner wieder aufgeschraubt und somit ist diese dieses problem jetzt beseitigt ja welche erkenntnis haben wir jetzt daraus gewonnen nachdem jetzt also der schaden der hier oben wurde habe ich mir natürlich gedanken gemacht woran kann es liegen zum einen kann es material ermüdung sein nach zehn jahren von gardena verbindungselementen zum anderen kann das eben auch durch eine kombination von material ermüdung und den druck der durch diese unter getriebe regner wir haben ja 3,5 bar auf der leitung und es wird ihm an dieser stelle hoher druck aufgebaut damit die getriebe regner ja auch aktiv werden dass diese kombination eben dort die ursache sein könnte für diesen material ich habe immer dann überlegt wie viele von diesen 11 stücken habe ich in meiner pipeline in summe bin ich auf fünf gekommen nicht an jeder stelle ist ein getriebe regner drauf es sind eben auch andere düsen bei mir im garten auf der pipeline installiert und ich habe auch bei vielen dieser regner eben solche elemente wie dieses hier von hunter installiert oder es gibt eben auch die vergleichbaren produkte von gardena die eben flexiblen schlauch hier in der mitte haben und damit kann man natürlich einerseits den regner besser positionieren das war auch der grund weswegen ich diese elemente dort installiert habe zum anderen wird eben auch der druck nicht an der stelle auftreten wo er jetzt bei diesem triebe aufgetreten ist ja das ist so mein fazit ich gehe davon aus okay nach zehn jahren kann mal was kaputt gehen der schaden war jetzt nicht so groß was kostet dieses stück irgendwo größer um 2 euro so der aufwand ist natürlich da das ist natürlich unschön muss die rasen eröffnen okay aber nach zehn jahren kann so was passieren die katastrophe so wie sie anfangs ernannt genannt habe ist wahrscheinlich nur eine kleine katastrophe gewesen im aufwand ein zwei stunden um das wieder zu regulieren somit werde ich auch nicht aktiv die anderen stücke irgendwie ausbauen erneuern oder gleichen sondern schauen wir mal was passiert ich würde mich freuen wenn ihr eure kommentare mal dazu gibt was habt ihr für erfahrung mit diesen gardena elementen ist bei euch auch so was schon mal gebrochen ist so was aufgetreten würde mich freuen über eure kommentare wenn du nichts mehr verpassen möchtest zum thema gartenbewässerung dann kannst du gerne mein kanal kostenlos abonnieren und gib mir doch einen daumen nach oben wenn dir mein video gefallen hat so so so